... Ah! Bist du da? Nein, hier steht jetzt speichert. Jetzt? Jetzt? Moment, gleich, gleich bin ich da. Gleich, Moment. Du bist im anderen Team. Puh. Ich wechsle das Team. Nein, 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 nein. Hab ich jetzt schon. Dann wechseln. Ich darf das Team nicht so oft wechseln. Nicht wirklich, oder? Ich kann jetzt nicht zurück. Mist. Kann ich denn jetzt? Du kannst sicherlich auch nicht. Oh, das ist jetzt nicht wahr, Mann. Was für eine Scheiße. Ja gut, dann lass es fünf Minuten warten und dann wechselst du. Ich wechsle dann. Vielleicht schieße ich dich in den fünf Minuten fünfmal ab. Hehehe. Ist es zufällig gerade in einem Panzer? Nein, ich bin zufällig gerade tot. Oh, ich sehe es. Von Pathfinder. Ich bin schon wieder tot. Das ist einfach schön. Das macht ja so viel Spaß. Oh yeah. Was ist denn der Panzerhinsache? Einstattstil erobern. Achtung, wir müssen sie erhalten. Over. Der ist doch nicht hier hoch, oder? Ich mach Panzerjagd. Oh, doch, der ist hier hoch. Verdammt, was hab ich denn hier für eine Waffe? Ich muss nur wieder checken, dass ich hier überhaupt nicht nachladen muss, ey. Hey, lass dir das hoch! Äh, mh, eh. Hallo? Hallo, ich bin da. Entschuldigung. Ich musste gerade... ...reuchbern. Na, wir hatten mit dir geredet, Alter. Du bist nicht in meinem Team. Das sieht mich gar nicht, was du sagst. Alter, schaff dich, ja. Nur wenn ich nicht in deinem Team bin, heißt das nicht, dass ich weniger wert bin. Doch. Schieß doch! Im Moment schon. Ansonsten würde ich nicht nach deinem Blut... ...lüstern. Lüstern? Lüstern? Weg da, weg da! Weg da! Uh, nein! Jetzt hab ich aus Versehen hier... Tut mir leid. Was? Ich versuch... Ich bin tot. Oh, nein, nein! Versuch, das Team zu wechseln. Ja, ich versuch's. Ich werde dauernd... Alter, jetzt wurde ich ja immer gerätzt. Ich hoffe, ich kann liegen bleiben, weil du kennst meinen Reflex, Leertaste zu drücken. Ja, du musst ja nicht liegen bleiben. Du kannst ja auch einfach hier... Wart, muss man drücken? Team gewechselt! Yay! Jetzt müssen wir nur noch in einen Squad. Warte mal. Ich erstelle einfach einen Squad. Squad und Team. Ich stehe hier gerade nicht so gut rum. Ekko! Beitreten, zack, bin ich drin. Ich freue mich. Sauberst! Ich bin Madic. Ich nicht. Ich bin... Ich bin tot. Bin ich. Ich bin tot. 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 Spawn-Dings, was wir da gerade machen. Spawn-Dings. Behindert ist es, ja. Spawn-Behindert. Ich bin bei E jetzt. Warum? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das ausgewählt habe. Das erscheint mir auch ein bisschen lustig. Naja. Wo bist du denn? Tot. Im Himmel. Im Himmel. Das ist total schön hier. Bin ich im Himmel. Da. Da. Rechts. Verdammte Axt, ey. Diese blöden... Ja, da. Hier? Im Tunnel? Das ist schon tot, wie es aussieht. Mist, okay. Äh, hocken? Was, hocken? Ich wollte mich hinhocken, aber er hat es nicht gemacht. Jetzt hat er es endlich vorhin gemacht. Vor 20 Minuten. Hey, was war das denn mit, äh... Das ist tot! RPG, ey. Auf zwei Meter, ja, ey. Ja, ja, das war echt frech. Ich habe ihn, glaube ich, erschossen. Das gibt es ja mal gar nicht. Ich bin mir aber nicht sicher über den... den Tod eines Reisenden. Den... den Her... den Hergang der Tat? The death of the sails, man. Määhn. Määhn. Au. Wieso wurde ich nicht verhint? Warte, warte, warte. Wat? Ich wurde von hinten beschossen. Wat? Warum das denn? Das frage ich mich auf. Ich bin tot. Hast du dich aufgehoben? Nein. Alter, willst du mich verarschen? Ich kann dich nicht aufheben. Tja. Muss man eben, äh, Medizin studiert haben, ja? Ey, Mann. Ich bin, äh, hier drin. Wie ein Verrückter. Ich bin auf dem Weg zu Dür. Wie, wie Dora, wie... Daniel Düsentrieb. Kennst du den, ne? Ja. Gar kein Kind. Das war toll. Dark Queen Duck, ne? Ne. Ne? Äh, äh, hier, äh... Ducktales. Ja, genau. Auf jeden, Ducktales. Sowas. Daniel Düsentrieb. Jupp. Das war der verrückte Erfinder. Na. Hm. Lo, lo, lo. Hm, hm. Guck mal, was die... Au, ich... Huch, au. Ich bin tot. Du bist so doof, ey. Ich hab nichts gemacht, Mann. Ich hab nichts gemacht. Weiß doch gar nicht, was die los war. Wieso stimmt denn der Mensch nicht? Hast du sowas? Na, sag mal, hör mal. Wenn jemand deiner Kumpan, der hinter dir ist, ja, sagt... Guck mal. Ja. In mitten im Krieg. Ja. Klingt gut. Da war doch gerade jemand. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Und hinten kommt ein Panther. Ein dicker Panther. Woa, was ist denn hier los? Mein Gott. Oh mein... Das... Hm. Alle in der Reihe. Scheiße. Ich kann, glaube ich, nicht mal einen töten. Nein. Achso, ich steig bei Frings ein. Ja. Ich wollte ja dich einfach... Ah! Ich steig bei Frings ein. Ich entscheide mich immer für die falsche Seite, ey. Ich hab... Das ist doch voll Kaka. Ein Jeep. Ein Jeep. Oh, Spawn, glaube ich, nicht in mir. Ist, glaube ich, ein Panzer. Yeah, Baby. Ah, was ist denn hier los? Mann. Ich bin raus. Ja. Ich bin tot. Das ist doch die falsche... Anpassen, Ausrüstung, Zuhörer. Ähm. Hä? Warum kann ich denn meine Privermefe nicht mehr anpassen? Ich weiß es nicht. Achso, doch. Oh, ich bin auch wieder ganz behindert, ey. Ganz behindert. Ja, ganz behindert, heute. Äh, dann nehme ich doch mal das Rotpunkt-Güßiger. Das, was ich gerade hatte und wechseln wollte. Ich spate. Ach, shit. Ach, shit. Ausrüstung, Zubehör. Wird eine spannende Runde. Mega. Ich bin auch gerade im Chat. Das ist super. Was, echt? Was machst du denn, du? Du? So, jetzt habe ich was Schönes. Ha, und Nummer 1 ist Toad. Mit dem Kopftreffer? Naja, ich weiß ja nicht. Nummer 2 ist Toad. Wo kam der denn her? Nein. Wenn ich liegen bleibe... Oh, bin ich geschützt vor der Granate. Nein! Aber nicht vor dem C4. Was ist das denn, Mann? So, äh, US-Einsatz. Ist ja super. Ich spawne in einem Mitspieler. Oh, waren wir zu E? That's my plan. Hello, Mr. Plan. I'm going to cut you through. Links. Ja, sind zwei. Raus. Hit, Mann. Bin tot. Was ist das denn? Achso, der hat keinen Zürich. Eva, glaube ich, nicht so. Wo ist ein Skill? Achso, äh, ich nehme mal Munition mit. Für das... Das Co-Art. Das Co-Art. Ich glaube, wir können hier hinten durch... Ich glaube, wir können hier hinten durch... Nee, oder? Ich glaube, ja. Du glaubst? Ja. Dank Gott. Unter anderem. Oh. Shit. Wieso passe ich hier nicht durch, Mann? Wir müssen so dick sein. Ich glaube, wir müssen mal den Panzer töten. Wo ist denn der? Hast du was dagegen? Der ist bei A. Der ist jetzt nichts von dir. Geh mal weg da. Geh uns. Ja, ich bin tot. Ähm... Ich steig mal als Dingens ein. Mir fällt auf, dass unser Team... Ja. ...immer leerer ist als das Gegnerteam. Das spricht sehr dafür, dass alle einfach nur uns töten wollen. Dich. Ja. Ist ja auch egal. Ich rede ja auch von mir. Nur eben in der dritten Person. In der Majestät. Genau. Ähm... Und dadurch... ...sieht es halt so aus, wie es aussieht. Ey, keine Ahnung, ob ich das Team treffe. Sieht nicht so aus, Mann. Shit. Nein, da sind... Minen. Direkt da sind. Bin bei dir drin. Das war Himmelfahrt hier. Henness, das ist der Tankdown. Tot. So, dann spiele ich wieder Medic. Oh, Skillfreaks hat gerade jemanden gemessert. Oh, ne, wurde gemessert. Was ist das Gleiche? Nur halt. Falsch rum. Trauriger. Apropos traurig. Ich habe gerade ein ganzes Magazin für einen verschwenden müssen. Wie viel muss ich in so einen Menschen eigentlich reinschießen, ey? Ja, habe ich ja auch geguckt. Ich glaube, das hat ganz viel jetzt mit, ähm, Kalibern zu tun. Ich habe ein Video gesehen. Da war das... Der hatte ja irgendwie nur drei Schuss. Mann. Ich versuche, mich jetzt schon zu zwingen, nicht mehr so blöde zu zielen, wenn ich auf zwei Meter Entfernung stehe. Oh, shit. Skillfreaks wird sicherlich gemessert. Noch nicht. Ich hoffe es nicht. Nee. Er lebt. Sehr gut. Dreh dich oben. Genau da. Ja. Los, Skill. Skill hat es geschafft. Hooray. Oh, wir haben B eingenommen. Sehr gut. Wer schießt hier? Ich habe geschossen. Was erlauben Frings? Was erlauben Frings? Komm schon. Komm schon, Frau. Bisschen spiel. Oh. Uh, uh. Okay, links ist es clear. Oh. Oh, dankeschön. Oh, ich habe hier aber ganz schön viel Munition, meine Herren. Mein lieber Herr Gesangsfreund. Basti, ich bin in deinem Knücke. Windschatten? Oh, shit. Wer schmeißt denn hier voll eine Granate auf mich? Oh. Granate. Hey, 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 hey. Tot. Steck bei Frings ein. Ja, ich auch. Frings ist ein guter Startpunkt. Ja, da kommt man doch gern, was? Oh, ich höre irgendwie einen Panzer. Ich auch. Ich glaube, der ist in Richtung A. Richtung A ist der? Vielleicht können wir ihn von hinten überraschen. Ich komme dir nach. Ich muss hier gerade mal jemanden erschießen. Oh, ich glaube, der ist dann zu E gegangen. Der Panzer ist zu E gegangen. Ja, genau. Gesprintet. Oder eher geschlendert. Ah, shit. Was, wo? Jeep bei A, hier hinter der Mauer. Wo? Na, scheiße, jetzt habe ich Messern gedrückt und nicht Granate. Oh. Ich glaube, der hatte ich... Nee, hatte ich noch nicht im Visier. Oh. 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 Ich glaube, der ist jetzt mal wieder A einnehmen. Ja, bitte. Oh, guck mal, A können wir einnehmen. Oh, 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 oh. Von was? Uah. Wurz du getötet? Nee. Gehen wir hinten rum? Ja. Dachte sich einer und schoss mir ins Gesicht. Komm her, wo bist du? Wo bist du? Da ist er. So, lauf, lauf, lauf. Vielleicht doch mal stehen, Alter. Ja. So. So. So, jetzt nachladen? Soll ich mal nicht. Uh. Uh. Hui. We are under heart pressure. Wo? Ah. Ich brauche mal jetzt, wie gesagt, mit größerem Kalibor. Kalibör? Kalibör. Also, man muss sagen, wenn man den Versorger... Ist das der Versorger? Ich glaube, ja. Was ist denn der Versorger? Ach der, ja. Dann ist die M249, die finde ich echt ganz sexy. M24... Kann ich die noch weiter anpassen? Hab ich die? Ach hier, wie die ist sexy. Die ist auch ziemlich... Ich finde sie sehr sexy. Ja. Frontgriff, ich habe Magazinerweiterung. Ich habe dafür noch so gut wie gar nichts. Magazinerweiterung mache ich mal auch. Ich habe zwar 400 Schuss eigentlich, aber die reichen mir nicht. Was, sind wir schon fertig? Scheiße. Magazinerweiterung. Verlieren wir. Ja. Kacke. Das ging irgendwie zu schnell. Ja, das waren... Ja, wir haben zu viel halt im Menü rumgehangen und so, glaube ich. Ach, Quatsch. Wir sind später eingestiegen. Was? Waren wir nicht von Anfang an dabei? Und all solche schöne, schöne, schöne Dinge. Ja, schade. Ja, schade. Ähm... Bier gerissen habe ich jetzt auch nicht. Ich auch nicht so viel. Aber das ist ja nicht so schlimm. Es geht hier um den Spaß. Ja, der Spaß. Du hast eine bessere Kill-Death-Ratio als ich. Das ist der Wahnsinn. Irgendwie hier hat eine bessere Außerschicksal-Suppe. Das ist halt Schicksal. Dieser Regen im Hintergrund, der so leise den Boden berührt. Bei mir oder bei dir? Bei mir. Mir auch. Regenst du dir auch? Ja. Krass. Die sind ja auf der gleichen Map. Wäre ja komisch. Die sind ja auf der志 Cheng. Was sind ja auf der志 plutôten. uvann. Schw �illesie. iin. Huù. 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 Huств. Gua. Untertitelung des ZDF, 2020